Okay, Truck steht noch. Ja, er geht gerade vom Wächterhäuschen weg. Geht Richtung Slippings. Hat nix bei, so wie es ausschaut. Na doch, hat ne Waffe, hat ne Waffe. Sieht aus wie ne SVD fast. Ist er am grünen Turm, an dem ersten da an der Mauer. Na, ich bin noch beim Ausrüsten. Okay, mal gucken, vielleicht dritter. Ne, geht's im L. Ja, er hat nen kleinen Rucksack und könntest auch gucken, dass du halt Position auf dem Truck kriegst, weil ich krieg ihn da nicht, definitiv nicht. Er hat gut geparkt. Ich würde ja brennt interessieren, ob das der ist aus Guba, aber eventuell. Habe ich auch drüber nachgedacht. Ist es sonst noch einen? Kommt aus dem L raus, bis jetzt nur einen GSM. Geht rechts jetzt Richtung Slippings. Ah, gucken ob die Mine auslöst. Ah ja, ist linkes Slippings, geht rein. In der linken Slippings drin. Oh, steht. Kann man die Mühle hotwiren, wenn er es passt? Wenn man kriegen, kann man es machen, ja. Der steht über die Straße. Ja. Sollte gleich fertig sein in der linken Slippings. Er hat gerade eine Flermine gezündet oder gelegt oder irgendwas, oder ist es ein Morg? Ich denke, er hat sie selber geträumt. Die geht gerade los da. Wo hat er geparkt? Hinter der oberen Wächter. Jetzt geht es zum Rechten. Slippings. Und ist tot. 846. Nice. So schnell kann der auch nicht da sein. Ich würde hier hotwiren. Das sieht mich am wenigsten. Mach bloedings. Vorne an der Spitze vom Truck. Ja, ich sehe dich. 100. Halb voll. Ich hab das richtig gemacht. Wie Parlaturas. Du wirst.